...Rettungswesten in ausreichender Anzahl an der Musterstation vor, die von der Crew verteilt werden. Die Besatzung wird Ihnen beim Anlegen der Westen beruflich sein. Auch die Spezialrettungswesten für Kinder und Kleinkinder sind dort verfügbar. Bitte verfolgen Sie nun konzentriert die Demonstration, wie die Rettungswesten korrekt angelegt werden. Beim Anlegen der Weste ziehen Sie diese über Ihren Kopf. Führen Sie dann die gegenüberliegenden Teile zusammen. Vielen Dank.